hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zum let's play von skyrim mein name ist marx meint und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem gameplay und es geht wieder weiter im programm nach einer langen pause sind wir wieder fit und dabei ja so fangen wir mal an gut sieht auch mein charakter sieht noch ganz frisch aus hier mit seinen ziegenbart optimal für den kampf gerüstet dem der ist leer wasser der flamme die nehmen wir mal alles mit ihr ohne so jetzt haben wir alles mitkommen jetzt gucken wir mal von marke speichern oder ist irgendwas das können wir auch noch wir können mal wenn man flamme ich brauche eine flamme ruhe aber wenn wir eine flamme brauchen müssen wir eine kleinere waffe nehmen einhändigen super ax was ist denn hier ist das öffnen klar was ist das hier warte mal durch 21 gold interessante truhe so habe ich noch nicht gesehen noch nicht so eine tour ok sehr schön hier haben wir auch noch mal welche die können wir auch noch mitnehmen zack zack hier irgendwelche eier sind das hier sammel beutel da haben wir auch noch mal welche ich bin durch diese ganze höhle gelaufen dies riesengroß liebe leute hier guck mal ich war okay jetzt komme ich gerade ich war aber hier schlag mich tot irgendwo bin ich hätte ich gelaufen geradewegs nennen wir mal alle Eier mit vielleicht können wir die auf dem marktgut verkaufen eine rarität könnte ja eine rarität sein so aber hier geht es nicht weiter wir müssen da ohne ohne los geht's hier da ist auch nichts drin das schlaghaftes bevor wir das hier betreten vorsicht vorsicht liebe leute da warten schon wieder die nächsten fünf dann machen wir mal so warte mal ich muss mal mein adonash herbeizaubern adonash kommt heraus und hilft mir dann nehmen wir unsere zwergen ax unsere aus weißlauf den zwei hinter auf geht's adonash wir müssen die vernichten jawohl genau super schlag und dann ich bin tot also versuche ich sogar mit dem pfeil und bogen oder so vielleicht klappt es dann doch besser das wird ein kampf das wird das wird eine lange warte mal elfen schild flammen bogen okay der erste ist tot okay die versuchen uns abzuschießen wir müssen den ausweichen und da hast du einen von mir da hast du auch noch ein von mir gegen zwei ist gar nicht so einfach huf adonash greift die an greift den an wir sterben gleich okay wir müssen mal kurz ruhen stecken wir mal die waffe kurz weg okay wer hat ein bisschen hingekommen ja okay das ist immerhin was okay da habe ich den habe ich den erwischt nein nein er hat mich voll in die brust hier und die haben aber auch gute feine die haben aber auch gute was oder nehmen wir mal jetzt habe ich da ein komme ich denn da raus wieder also jetzt wir haben doch noch halt tränke zaubertränke da ist ja noch halt rein wie sie was bringt was gutes für den körper so ein heiltrank habe ich noch gehabt eigentlich habe ich so viele tränke da ist ja noch heiltrank beschwörungsverstärker können wir nehmen beschwörungsverstärker giftresistenz brauchen wir nicht was haben wir denn noch dazu war ich das falsch ins ne wasser an der stärke stärke ist auch nicht notwendig ausdauer magiker können wir ein bisschen aufladen und den adonashen können wir denn jetzt direkt noch mal rufen der hat uns nämlich sehr geholfen so genau so und dann nehmen wir mal unseren die weiß lauf ax dann haben wir den einen erledigt sagt dass man direkt deckung gehen deckung 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 bis wir ein bisschen energie getankt haben leider dass es nicht bisher high level hier okay wir können eins machen wir können uns selber heilen heilung 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 da der adonash sowieso schon da ist und dann gehen wir mal voll auf angriff doch sehr gut selbst geheilt gespeichert das war jetzt ein killer stoß und jetzt hier noch mal ein nachgesetzt hier sehr gut sauberer schuss hier das war jetzt ein killer stoß und jetzt hier noch mal ein nachgesetzt hier sehr gut sauberer schuss hier nehmen wir mal alles was er hat das war ein kampf jetzt das war ein kampf durch gucken wir mal hier ich nehme alles mit alles was geht nichts liegen lassen so ein paar feinchen hier dann noch mal die weiß lauf aktie die die aktie ist ja gar nicht so schlecht eigentlich so aber trotz dessen fackel und nehmen wir noch mal wieder die leichte axt solange wir nichts anderes gefunden haben benutzen wir diese zwei super waffen die ich meine für mein empfinden sind die eigentlich ganz gut man kann damit richtig den berserker raus hängen lassen da ist noch einer siehst du da hinten ok da wäre noch einer dann könnten wir da irgendwie hier in den turm kommen wieder hoch ja was ist denn hier drin hier ist noch mal eine truhe 16 gold und feile sehr gut da ist auch noch mal eine drinnen zwergenpfeile eben erz da das haben wir schon alles sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und hier noch mal gehen wir noch mal hier rein ist hier was nee hier ist nur was das auch immer sein mag kann man sich drauf stellen passiert nichts ja dann gehen wir mal hoch ne dann gehen wir mal hoch gucken was es denn da oben so gibt ein löwe oder was ist das keine ahnung eine riesen welt ist auch skyrim ne so jetzt gehen wir mal da ach da ist noch mal eine ach nee so jetzt warte doch mal ich komme ich komme hab geduld hab geduld ich zog gerade meine axt so und in zwei spalten den kerl hier und dann nochmal hier auf den weinen und dann ab das bein jetzt hier zack hier liegt die schlafen so da war gar nicht so einfach so nehmen wir mal alles mit was wir hier mitnehmen können zack zack nochmal oh was ist denn das denn hier fall mehr fall hab ich noch nicht gesehen ey sieben schaden gut mitnehmen aktivieren das tor hat sich geöffnet da unten wir können den von hier abknallen wollen wir das mal ausprobieren flammbogen oh die du musst schnell sein glaube ich ne ist das zeit mit zeit ist ein zeittrain hier drin ey ok pass auf jetzt gucken wir mal ob die pfeile bis dahin über wirken da läuft der zappelt alles da rum hier hör auf zu zappeln bleib stehen bleib stehen hier nein ich kann sie leider nicht von hier aus treffen schade hätte ich gerne gemacht habe ich noch andere pfeile äh Bekleidung Waffen da haben wir es doch warte mal jetzt guck mal hier also der hat zehn schaden 15 schaden den haben wir auch grad dran 17 schaden den nehmen wir denn den hier war war ja ich komme ich komme ich komme warte mal so liebe leute wo sind wir denn stehen geblieben warte mal wir wollten doch den pfeil umbogen umbogen dieser zwei hände der hat am meisten schaden den könnte ich ja zu meinen favoriten und dann haben wir gesagt wir nehmen ja schade schade dass dieses menü nicht immer so guck mal diese stahlpfeile haben zehn zwergen bolzen und die orc pfeile haben zwölf können wir orc pfeile ein bisschen nehmen der bogen hat hier elf sieben zwölf holz aber wie gesagt der bleibt halt es ist so okay wir haben es wir können es noch mal probieren aber ich glaube nicht dass wir die von hier unten treffen können mit diesen super orc pfeilen wo sind sie denn da die laufen leider zu viel rum hat er jetzt geschossen oder was was ist denn da hoch ach das sind nur so leucht leuchtdinger gut okay das sah nur so aus als ob so und geht nein jetzt jetzt können sie aufgehen und wir haben es geschafft so warte mal Rüstungen mal hier was haben wir denn denn hier flammen Rüstung Rüstungswert 6 gewicht das könnte ja was werden flammen hellen das können wir mitnehmen flammen Stiefel und flammen Panzerhandschuhe das 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 hört sich doch mal hier in der Kiste ist was drin granat stein das das ok granit stein gran stein jetzt laufen wir mal da rüber flammen hellen also wir haben hier eine komplette durchsuchen die Tore zwergen Panzerhandschuhe kleiner weh mehr hebel weh mehr hebel ok eigentlich können wir doch so eine Maschine zusammenbauen oder nicht im Prinzip ich hab ja schon so viele Teile hier gesammelt ok also aufgepasst wir gehen mal da rein in den Mini und dann gucken wir mal hier auf die Bekleidung warte mal wo war denn das da ist der doch 12 wir kleiden uns mal damit die Handschuhe nehmen wir auch die Rüstung das Schild hier so ein feines Schildchen Stiefel ich glaub wir haben alles angezogen was wir anziehen können bezüglich kultisten Maske nein hm da ist so viel Kleidung hier drin warte mal 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 wir könnten einfach nur den Zwergen Schild nehmen der würde mir besser gefallen weil der hat 30 warte mal und die Flammschilder beine Kleidung da haben wir doch vor allem mehr Schilder am 32 aber vom Aussehen her gefällt mir einfach das Zwergenschild viel besser. Warte mal. Zwergenschild da zu Favoriten hinzufügen. So, was haben wir denn alles als Favoriten noch? Da, Elfenschild 25. Das können wir... Elfenschild gefällt mir auch. Wir können immer zwischen diesen zwei Schildern tauschen. So, jetzt gucken wir uns mal an. Warte mal. Uiuiui. Er sieht schon gut aus, ne? Hier. Gefällt mir. Ziemlich leichte Rüstung. Ist gut. Kann man... Kann man stehen lassen. Kann man stehen lassen. So, dann gehen wir mal runter. Und hoffen, dass wir jetzt hier mit unseren... Wir haben den ja als Favoriten gespeichert. Warte. So. Zwei-Händler. Uiuiuiuiui. Der wird jetzt hier mal richtig aufräumen, ja. Hoffen wir mal. So, speichern. Und dann geht's mal runter. Und gucken wir... Gehen wir mal... Und greifen mal die zwei an. Wir könnten noch den Adonagen mitnehmen. Das machen wir auch, bevor wir... Äh... Hier. Warte mal. und so, beschwören wir den Adonagen und dann gehen wir mal wieder auf unseren Zweihänder alles klar komm mit, auf, folge mir ab in die Schlacht da ist er doch schon der erste, den wir da rausdringen so, hast du gesehen der Schlag hat gesessen aber der ist irgendwie schräftiger Weg, ich weiß nicht warum okay, wir haben den einen konnten wir umbringen oh was macht er denn der Adonage da und der sollte doch hochkommen er sollte hochkommen und mir helfen also nochmal, hallo, hier hier genau, Angreif und nochmal okay so Adonage, kümmere dich um den Rest ich bin jetzt ein bisschen ausgepowert ich muss mich erstmal selber heilen heilen, 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 Heilung, Heilung so, jetzt haben wir uns erstmal schnell und er kämpft in der Zwischenzeit wie die Herstellung ist verbessert auf Stufe 29 ich sehe schon er ist ein starker Gegner und da hilft nur Flammen hier die gefällt dir das die gefällt dir das es bringt nicht viel es bringt nicht viel zwei Hände da müssen wir direkt mit dem Zweihänder auf den Schädel rein spalten habibi direkt spalten gar nicht lang überlegen so, warte mal oh nein warte, warte, warte oh, jetzt habe ich wieder ach, komm schon komm her, komm her wolltest du mit mir spielen wolltest du mit mir spielen hier bin ich hier ok, jetzt aber und jetzt, der hat gesessen der schlagt jetzt nochmal zwei hin und her der war gut der war gut leg dich nicht mehr mit mir an habibi das kann ganz gefährlich für dich so ok, der wäre erledigt irgendwas war noch hier ah, das ist nur ein Eis ok, aber hier in der Ecke war da irgendwas versteckt noch nee nee, 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 nee oh oh können wir alles verkaufen später in der Stadt brauchen wir nicht alles unnötiges Material so nee, äh, Heilung hellsehen kann man auch hellsehen wenn ich jetzt so ah, siehste da führt der Weg hin äh, Heilung Flammen unerbittliche Macht Wirbelsprint nein, nein wo war denn das nochmal die Axt Zwergen Axt da Zwergen Axt da hab ich sie doch genau Zwergen Axt und wir brauchen natürlich ne flämische nee, nicht die Flammen Fackel Entschuldigung Fackel so, haben wir Fackeln haben wir da aber eingebunkert haben die hier nix ne da ist aber jetzt nix drinne, du so na, gucken wir mal hier hinter dem ist auch nix oh, das sind ganz schlau das sind ganz, ganz schlau was soll denn das jetzt hier für ein Brunnen sein der Brunnen der Weisheit oder was das ist der Pfeil den ich immer hier geschossen habe so das ist ein Gold das ist schon wenigstens was wenigstens etwas so was ist denn das für ein keine Ahnung was das hier für Durchgänge sind dann können wir mal gucken ob wir das Tor aufkriegen nein oh nein eventuell weiter nach rechts ja ok noch ein Stück nach rechts oh, ganz schön viel nach rechts du so, warte mal ich mach mal noch ein bisschen mehr nach rechts oop Vielen Dank.